Ach, das war jetzt blöd, dass ich einfach rausgezogen bin. Ich dachte einfach, er rennt jetzt, er will jetzt unbedingt defuse, er hat doch irgendwie hinbekommen, er bei steht da in der Ecke. Das war ja nicht so klug von mir, dass ich einfach reinrommel ist. Ich nutze so selten Flashbangs. Ach, ich benutze, ich mag das nicht mit Flashbangs. So, jetzt wollen wir das hier, jetzt wollen wir mit MK-Fatzen, klären wir jetzt mal. Machen wir jetzt mal ein bisschen Action. Ein kurzer Cut, geht weiter. Und, ja, das ist nicht verpasst. Was sind sie denn? Ein, bei B, bei B. Weil ich sie mal versuchen, auf den Kipp zu fallen. Nein! Halt auf die Fresse, halt auf die Fresse, halt auf die Fresse! Das ist ein Headshot gewesen, aber egal. Ich habe ja auch den Header gegeben, es gibt ja kein Headshot. So, wie bei Black Ops 3 einfach mal so ein bisschen, die am Kopfkratzen tritt die Kugel raus. Ist jeder schon wieder? Ah, scheiße, all die spielen mit MKs. Ist auch eigentlich wie ich ihn mir겠어 angeblich. Obwohl, ich, ah, erst viel lieber mag. Das, 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 das führt. Das ist so, dass Sie dann nicht. Ja, du hast und nicht. Das ist so, dass du nicht. gleich vieles Rammel in mein Visier rein und das oder ich habe auch gerade zu schaffen die Simulier und Landraum das war nur eine Illusion ich glaube das ist zwar jetzt wirklich nicht so das ist ja das ist ein kleines ich habe auch ein Typ die Knochen auch Pläts das geht auch ich habe eigentlich so viel Bock auf die Fett ist wir müssen so wie ich hier auf dem schon mit der AR auf die Empfang wird eine Headlitcher und und auf das und doch da kommt unten da kommt unten da kommt unten ist ganz wichtig da kommt unten das aufpassen der kommt also hier kommen hier siehst du da kommt ja da habe ich mich aber auch wenn sie als daran mit dem rum da oben hängt irgendwo noch der Moritz auch scheiße ich will verkürze ich würde kommen die Niederländchen sind nicht beid das du bist du immer wieder nicht verletzt Lieblingskosten die E-Mail-Auslinien ja ja ich will ich werde kann gehen was nicht mehr viel Zeit muss es passieren er hätte die Entscheidung für sich hier ich hätte geschluckt alter wir können wir schaffen denn das ist die leute ich habe doch erneckt aber er hat ja bei mir die typo nicht connected blöd gewesen ich kann kommen einfach kurz drin ich probiere noch was anderes die Perspektive Meister von der Barriere auf B aber manche immer diesmal das mitbekommen ich war ein weiterer Städter zu erinnern das ist sinnlos und ist eben ja ganz ehrlich diese Scheiße was auch meine Waffen nicht wirklich was machen die richten ja kaum Schaden aus seine MP7 mit Thermalvisier ist natürlich ja MP7 ist MP7 und bleibt der MP7 wird man nichts dran ändern können da müssen wir halt genauso abfacken deswegen nehm ich mir ACR ja jetzt bin ich auch zu schaffen ein Black Ops 3 ganz so tot gewesen einfach da war mir sowas passiert eigentlich gar nicht Black Ops 3 da fühl ich mich sicher und ich fühl mich so nackt irgendwie so kahl so kahl so kahl ja guck mal wie er hier auch langkommt einfach reingramelt so blöd ja das sieht mich das ist dumm ja das kann ja erklären doch A doch A doch A doch A das ist das ist das ist das ist das ist scheinlich das ist das ist so das ist war ich von mir ich bin 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 einfach hey ojo ja ich hab's gesehen wie viel ein Stück nee einfach nur nee also wieso das war einfach nicht grad der in der Ecke saß und nicht gemessert hat hm so wie und auch ich bin ich mach's dann probiere ich war und nicht aus dem den der war den kremen ich bin ich bin ich bin das könnte doch hier hier steht steht da kommen ganz ehrlich so nicht ja da kommt dann ist der Passagenten mit seiner MP7 Kamalwis hier wieder dort oder wenigstens meine Kleber auf ein Rennen oder wäre das cool wo sollst du die hinplatzieren hier? wo sollst du die hinplatzieren hier? wo sollst du die hinplatzieren hier? wo sollst du die hinplatzieren? wo sollst du die hinplatzieren? komm jetzt komm, 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 komm komm, 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 komm komm, 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 komm das will ich mir jetzt angucken komm, 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 komm und schärft the fuse ja klar logisch ah fuck all the fun ich muss jetzt echt viel einfach die UP so dumm wir einfach Das Sprengstoff bringt ja gar nichts mehr. Wenn C4 hat, die würden immer C4 in die Bombe legen, sag ich dir. C4 wäre hier ganz schlimm, also C4. Mit C4 hätten wir gar keine Chance mehr. Okay, sie kommen anscheinend nicht mehr zu oft. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich wäre fast auf meinem eigenen Ding seit gestorben. Haben die es abgeschossen? Ne, die haben hier Flaschbanken draufgeworfen. Okay, die sind alle bei B, alle bei B, bei B. Die kommen irgendwie von hinten oder so. Ja, mache ich gerade. Jetzt versuchen sie wirklich alles. Oh nein! Ich hasse es, ich hasse diese Scheiße von Seiten! Warum gibt's hier einfach so ein... Warum kann ich einfach so ein Unsichtbarkeitsschild machen? Nur wenn man einen wirklich anguckt, wird man sichtbar. Dass man von der Seite einfach unsichtbar ist und unverwüstlich. Ich bin einfach gar nicht gecheckt, dass der Paul da kommt. Ja, einfach nicht gecheckt. Wir müssen jetzt wirklich mehr zusammenbleiben. Wir müssen jetzt wirklich mehr an die Defensive gehen. Oh, du merkst ja. Oder einfach aggressiv. Ne, aggressiv ist die Scheiße, weil wir die MP7... Ist aggressiv scheiße, wenn die MP7 haben. Komm. Ich platziere meine Kleinmodus eigentlich. Komm, da aufpassen, dass da nichts kommt. Platz hier, da extra mal hier. Ich mach's nicht, wenn du es nicht stehst. Da hinten. Ach, meine Fresse, komm mal. Kommt von hinten, komm von hinten. Sag ich, falsch. Von hinten. Ja, da weiß ich natürlich genau, da muss er sein, dass ich mir... Das sind beide da oben. Weil du wieder nicht bei mir warst, weil ich hier kein Verteidiger hatte, musste ich das selber in der Hand nehmen und das war's wieder als Fehler. Na, ich hätte eh nicht viel helfen, konnte ich mir. Was du das an die Geln nimmst. Der war down, der war safe down. Kommt von da, der kommt von dort. So dumm, Alter. Bleib jetzt einfach mal bei mir dann. Wir müssen zusammen umbrennen. Wenn wir mal nicht zusammen umbrennen, dann wird das nicht. Weil die können uns dann immer wieder einziehen. Das ist doch schlecht, aber das ist... Nein, Ulin, der legt der das noch nicht ein. Na, ist doch so. Ich hab... Guck, ich will ihn lassen, es einfach... 6, weil der selber einredet, weil der selber einredet, weil der selber einredet. Ja, dann ist eben so. Jetzt komm doch einfach mal, Ulin. Mal einfach mit. Bei mir, bleibt Pio. Und dann können wir das reißen. Das müssen wir reißen. Das müssen wir reißen. Das müssen wir reißen. Das müssen wir reißen. Der kommt... Von hinten. Von hier oder? Ne, da, guck mal. Da drin ist er. Da. Da ändert man. Meinen sind die am besten die MP7 Oh mein Gott, er hat so... Er hat einfach getrackt, einfach nur Na siehst du, es geht doch Oh, wer kann so verkaufen gehen, Alter Und wenn er jetzt noch mir, bei mir mit Dass ich nicht immer freige Dass ich vielleicht auch mal was beitragen kann Na, lass mich mal die Bombe nehmen Ich muss die Bombe legen Bombe legen Das ist ein bisschen, ein bisschen Spannung Ich bin mir das fast tägliche Spannung Ich mach' mir die Bombe auf Richtung Welche, du musst mal drücken Ja, ich mach' mir das nächste Geist, egal Ich hab' mir die Rüttendeckung 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 Dann mach' mir die Rüttendeckung beinrichtung abschneiden da kommt er kommt er kommt von vorne er kommt von hinten jawohl let's go